Havost Nais ist eine Gemeinde in Tschechien. Sie liegt neun Kilometer südwestlich des Stadtzentrums von Radekralove und gehört zum Okres Radekralove. Geografie Havost Nais befindet sich am Südhang einer Kuppe auf der ostböhmischen Tafel. Nachbarorte sind Techlowice im Norden, Steseri und Ripsko im Nordosten, Nova Havost Nais, VLC Kovice und Plazice im Osten, Örbmeis im Südosten. Sedlis und El-Hutapod, Lipkni im Süden, Raut Nais im Südwesten, Lipkni im Westen sowie Radikowice im Nordwesten, Geschichte. Die erste schriftliche Erwähnung von Havost Nais stammt aus dem Jahr 1073. Die erste Besiedlung des Ortes erfolgte lange Zeit zuvor in der Umgebung. Von Havost Nais wurden zwei noch nicht erforschte Grabhügel gefunden, die wahrscheinlich auch wie die im benachbarten Zeli der Unjetizer Kultur zuzuordnen sind. Nach der Aufhebung der Patrimonialherrschaften bildete Vos Nais mit dem Ortsteil Nova Vos Nais ab 1850 eine Gemeinde im Bezirk Radekralove. 1949 wurde sie dem Okres Radekralove-Ukoli zugeordnet. 1961 erfolgte die Eingemeindung nach Lipkni und kam zugleich wieder zum Okres Radekralove. Seit 1992 besteht die Gemeinde wieder Gemeindegliederung. Für die Gemeinde Havost Nais sind keine Ortsteile ausgewiesen. Zur Havost Nais gehört die Ansiedlung Nova Havost Nais. Sehenswürdigkeiten Kapelle